Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich möchte euch wieder ein kompaktes und prägnantes wöchentliches Update wiedergeben, da die Zone, in der sich der Markt gerade bewegt, für mich immer interessanter wird. Warum das so ist, schauen wir uns in diesem Video genauer an. Wir haben jetzt ja seit knapp eineinhalb bis zwei Wochen nicht wirklich Bewegung gesehen, beziehungsweise eher eine Korrektur nach unten, nachdem wir diesen 40%igen Anstieg gesehen haben. Wie gesagt, es gibt momentan nicht so extrem viel zu berichten in diesem Markt. Es ist irgendwie so klassisch Ende des Jahres, ziemlich langweilige Zeit, sowohl was die ganzen großen Nachrichten außerhalb der Chart-Analyse betrifft oder des Charts selber, als auch die Bewegungen am Preis-Charts selber. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch davon überzeugt, dass wir 2020 eher ein bullisches Jahr sind, als ein bearishes Jahr, auch wenn wir jetzt wieder ziemliche Ernüchterung hatten eigentlich, nachdem wir trotzdem diesen 40%igen Run gesehen haben. Wir haben sehr, sehr selten am Bitcoin-Chart einen Anstieg gesehen von über 30 oder 40%, um danach wieder abzuverkaufen. Normalerweise hat Bitcoin die Eigenschaft, dass, wenn wir einmal diesen parabolischen Anstieg sehen, auch danach eine Fortsetzung sehen und nicht direkt danach wieder eine Korrektur. Dementsprechend zeige ich euch kurz die Zone, warum ich momentan langfristig auch hier nochmal nachgekauft habe und was hier der Grund ist. Ich gehe davon aus, dass wir von hier jetzt diese Zone erhalten werden. Und ja, wie gesagt, kleines Update in diesem Video. Wir sind jetzt hier am Wochen-Chart. Im Wochen-Chart immer der erste Anfang, den ich mir kurz ansehe, nur um mal so kurz das größere Bild anzusehen. Leider haben wir diese ehemalige Resistance nicht überbrechen können oder nicht durchbrechen können, besser gesagt. Wenn wir uns hier auch ein Volumenprofil anziehen, was ich auch immer empfehlen kann, wenn man das Pro-Update hat. Also man muss jetzt nicht deswegen das Pro-Update holen. Aber wenn man das Pro-Update hat, ist das Volumenprofil ein ziemlich interessanter Indikator und auch nochmal eine Veranschaulichung, wo dann das meiste Volumen getradet wurde in dieser Range. Mensch, wir haben es hier gesehen, wir wurden hier von diesem Point of Control stark abverkauft. Das heißt, der erste Angriff sozusagen der Bullen wurde abgewehrt und wir haben uns leicht nach unten korrigiert. Was für mich jetzt viel interessanter wird, ist, wie wir auf dem Daily-Chart jetzt auf dieses Level reagieren. Ihr seht auch hier schon, wir haben hier die 200er-Tageslinie. Das heißt, wir haben die das erste Mal durchbrochen, haben dann versucht, diese Re-zu-Claimern, wie man so schön sagt, also zurückzuerobern, haben es aber nicht geschafft. Und für mich liegt jetzt bei diesem Punkt, wo wir jetzt sind, gerade sehr, sehr viel Confluence. Das war für mich auch so der Hauptpunkt, wo ich gesagt habe, so weit nach unten würde ich nachkaufen. Wir haben hier, wie gesagt, die 200er-Linie, die wir zurückerobert haben. Leider war die 200er-Linie jetzt während diesen letzten drei bis vier Wochen seit dem 20. September nicht so relevant, wie sie früher schon einmal war. Aber dennoch ist es für mich ein mehr als guter Confluence-Syndikator. Und auch, wenn wir uns hier die Fibonacci-Retracements ansehen, spricht diese Zone schon für starke Confluence. Ich schaue hier konkret auf zwei Level. Wir haben hier einmal dieses Preis-Level, das wir vorher versucht haben zu durchbrechen, was wir nicht geschafft haben. Das heißt, wir hatten hier das erste Mal diese Resistance geformt, hier das zweite Mal. Das heißt, ich erwarte hier, dass Leute kaufen werden. Und genauso haben wir hier diese Abweichung, diese Standardabweichung von dieser Range, die wir jetzt gerade hier versuchen zu halten. Was mich hier ein wenig pessimistisch stimmt, ist, dass wir schon seit drei Tagen hier drauf liegen. Das heißt, wir haben hier den ersten Touch, den zweiten Touch und den dritten Touch jetzt hier. Das ist normalerweise kein gutes Zeichen. Also normalerweise will ich, wenn wir auf einen wichtigen Punkt für den Markt gehen, eine ziemlich, ziemlich starke Reaktion der Käufer sehen. Das heißt, am besten, dass diese Kerze mit einem längeren Tocht endet. Haben wir jetzt hier nicht gesehen. Ist jetzt nicht das stärkste Zeichen. Dementsprechend sind für mich diese zwei Zonen hier am wichtigsten, beziehungsweise diese Zonen hier noch nach unten. Das wäre mein absolutes Invalidationslevel, würde ich fast sagen. Das heißt, sollten wir hier nochmal drunter brechen, wäre das jetzt nicht allzu rosig. Wir haben als letzte Bastion noch dieses Level auf 8.000, im Bereich 8.000, beziehungsweise 7.860, wo wir diesen alten Support geformt haben. Diesen Fake-Out nach unten, dann dieser starke Move nach oben. Aber gerade dieser Fake-Out hier soll jetzt nochmal zum Thema werden auf den niedrigen Timeframes. Denn hier habe ich eine ziemlich interessante Struktur beobachtet, die ich sehr, sehr oft schon, ja, bullisch aufgelöst gesehen habe. Obwohl es eigentlich laut Lab-Büchern ziemlich bearish ist. Das Gleiche haben wir hier gesehen. Etwaige Lehrbücher würden eigentlich dazu tendieren oder dazu raten, dass wenn wir hier einen Support brechen, dass wir beim nächsten Run nach oben versuchen würden, diesen Support zu shorten, beziehungsweise dieser ehemalige Support dann zu Resistance wird und wir von hier abbrechen. In der Realität, was ich aber viel öfter beobachte, vor allem im Kryptomarkt als auch im Währungsmarkt ist, ist, dass wir sehr, sehr oft diese Fake-Out nach unten sehen, wo der Markt wirklich über einen alten Support bricht und danach sofort wieder drüber zu brechen. Der Sinn dahinter ist, dass einfach Doppelliquidität in den Markt gezogen wird. Das heißt, erstens die Leute, die hier Käufer sind, die wurden hier rausgelockt, die verkaufen hier ihre Positionen und danach versucht jeder, oder nicht jeder, aber sehr, sehr viele Marktteilnehmer, zu probieren, dann diesen ehemaligen Support zu shorten. Das heißt, wenn der Markt dann sowas macht und einfach durchbricht, dann sind extrem viele Leute auf einmal auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und das ist eben so ein sehr, sehr relevanter Pattern, den ich schon sehr oft beobachtet habe. Viele nennen diesen Pattern auch quasi Modo-Pattern, soweit ich weiß, weil es einfach diese Struktur hat von diesem buckeligen Preisverhalten. Das Ganze solltet ihr euch auch selber ansehen, wenn ihr das Ganze backtesten wollt. Ich weiß, es ist immer eher schwierig, Chartmuster-Back zu testen. Es ist wesentlich einfacher, rein quantitativer Setups backzutesten, wo man irgendwie nur Zahlen eingeben muss und wo man dann, keine Ahnung, mit einer Software wie L-Studio 100.000 Datenpunkte analysieren kann. Backtesten von Charts an sich ist eher schwierig, weil man immer aufpassen muss, dass die eigene Einstellung, die eigene Bias, wie man im Englischen sagt, nicht in das Backtesting reinpfuscht und das Backtesting verzerrt, weil wenn ihr zurückscrollt und ihr habt eine gewisse Narrative, die ihr sehen wollt, sprich ihr wollt sehen, dass ein gewisses Chartmuster funktioniert, dann tendiert ihr im Regelfall eher dazu, dass ihr immer die Formationen seht, bei denen euer Chartmuster funktioniert hat, aber ignoriert des Öfteren die Chartmuster oder beziehungsweise die Bewegungen, wo euer Chartmuster nicht funktioniert hat. Das ist eben eine sehr, sehr schwierige Tätigkeit, wenn ihr das backtesten wollt. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit Excel zu machen, wenn ihr das mit Chartmustern macht und wirklich so genau wie möglich herauszufinden, wann ist diese Bewegung passiert, zu welcher Uhrzeit, wie weit sind wir unter dieser Range gebrochen. Zum Beispiel hier könnt ihr dir konkret sagen, okay, es war am 23. Oktober, Uhrzeit, keine Ahnung, XXX, ist eigentlich ziemlich egal, vielleicht die Sessionzeit hinschreiben, dass ihr schreibt, okay, in der amerikanischen Session oder in der asiatischen Trading Session, wir sind unter dieser Range gebrochen, 8% darunter, vielleicht im Timeframe, auf dem Daily Chart, wie lang waren wir darunter, einen Tag waren wir darunter und danach sind wir wieder drüber gebrochen, wie weit sind wir drüber gebrochen. Ja, ich denke, ihr wisst schon, in welche Richtung ich hinaus will, beziehungsweise wie ihr das Ganze testen könntet. Genauso hier, dieses Muster ist beidseitig anwendbar. Wir haben sowohl, ups, wir haben sowohl hier nach oben diese Anwendung, das heißt, wir gehen einmal hier nach unten raus, kommen dann wieder hier hoch, über diese Range testen, die sind dann wieder und gehen von da wieder hoch. Genauso haben wir die umgekehrte Seite, die wir des Öfteren sehen, wo wir dann wieder nach unten brechen. Und genau das wollte ich kurz zum niedrigen Timeframe ansehen. Ein Muster, das ich gerade beobachte, da ist nämlich das folgende. Wir haben hier nämlich auch wieder das klassische Verhalten, dass wir diesen Support aus dem Markt genommen haben. Das heißt, hier ein sehr, sehr relevantes Support, circa ein, zwei, dreimal gehalten, hier das vierte Mal noch und jetzt darunter. Wir stoßen uns gerade darunter nach, das heißt, es ist jetzt diese Kerze hier, wenn ihr das Video seht, knapp 15 Uhr. Aber schon wieder ein wenig verdächtig, dass wir hier nach unten brechen und dann sofort so eine Reaktion sehen. Das heißt, auf was ich jetzt auf den niedrigen Timeframes warte, ist, ob wir eine Close über diesen Bereich sehen. Das wäre 8600, was mich kurzfristig von meiner These überzeugen würde, dass wir von hier schon den Boden formen des nächsten Anstieges und nicht von hier und eben dann sehen wir, dass wir diesen Support auf dem niedrigen Timeframe wieder halten. Zu dem vorhin angesprochenen Pattern, das Ganze könnt ihr zum Beispiel auch hier sehen, was ich euch vorhin angesprochen habe, wobei hier die Abweichung schon extrem ist von diesem ehemaligen Resistance-Bereich, aber es ist auch hier, glaube ich, schon wieder klar zu sehen. Wir haben hier einen ehemaligen Resistance-Bereich, wir haben hier diese Abweichung von dieser Resistance, wir kommen hier wieder zurück und hier kommen wir einfach auf den Tick genau auf dieses Level hoch, was wir vorher gehalten haben. Wir haben hier ein ähnliches Muster, wo wir es auch hier wieder sehen. Das heißt, wir haben hier Resistance, wir haben hier Resistance, wir haben hier dann diesen Breakout, was dann eher der Fakeout ist, besser gesagt, schließen dann wieder darunter, hier ist dann das Go-Signal, dass wir hier wieder rausgehen und dann ist ein Retest nach oben und sofort wieder der Abverkauf nach unten und ihr seht schon, dass dieses Setup relativ relevant ist und ich kann euch sagen, als ich noch, oder als ich dieses Jahr zurzeit trade ich nicht wirklich aktiv, da ich erstens viele andere Dinge zurzeit mache und auch mein ganzes Framework ein wenig überarbeite, ich will viel mehr quantitativ machen und wenig Chart-technisch, das heißt jetzt nicht quantitativ im Sinne von Quant-Trailern, auf keinen Fall, sondern einfach viel mehr mit Daten arbeiten, ich habe schon ein sehr gutes Background-Knowledge im Bereich R-Studio und ich versuche da gerade sehr, sehr viel zu implementieren, auch in Bezug auf Bitcoin und versuche mir selber Strategien zu arbeiten und selber Strategien beizubringen, dementsprechend mache ich zurzeit am Chart eher weniger, wenn das Ganze ausgereifter ist, kann ich das auch in den Videos noch nicht genauer ansprechen, aber gerade solche Muster sollten euch eigentlich auffallen, wenn ihr Chart-Trader seid, denn dieses Muster kann ich euch sagen, dass ich zu 95% nur nach diesem Muster getradet habe, als ich im Sommer zum Beispiel eigentlich nur Krypto getradet habe beziehungsweise letztes Jahr, über das letzte Jahr Forex getradet habe, war 90% meiner Setups dieses Muster und ich glaube, ich weiß nicht, ob man diesen Trade jetzt noch findet, ich habe auf Twitter auch einen Trade gemacht zu diesem Setup, wo ich glaube ich 20 oder 30, 20 Beispiele circa aus dem Setup gepostet habe, ich überlebe gerade, wie ich euch das Ganze nochmal retweeten kann, ich versuche das in Trades zu finden und dann retweetere ich ihn nochmal auf Twitter, damit ihr euch das Ganze anschauen könnt, da habe ich knapp 15 Beispiele, glaube ich, waren es sowohl zu Bitcoin-Setups als auch zu Forex-Setups, wo dieses Preismuster eigentlich sehr, sehr oft aufgetreten ist. Das heißt, es ist für mich definitiv ein Setup, wo ein Edge vorhanden ist, das heißt, wo man eine gewisse Oberhand über den Markt hat und dementsprechend ist es auch eines der Setups, das ich am meisten verfolge. Ich versuche gerade hier nochmal, ob wir irgendwas in diese Richtung finden. Es ist wirklich sehr, sehr oft anwendbar und ihr müsst euer Auge selber danach schulen, eigentlich nach diesem Setup. Hier haben wir eine ähnliche Strategie, ihr seht es hier, sehr, sehr ähnliches Verhalten, wir haben hier einen Support etabliert, der Markt bricht darunter, danach sofort diese schnelle Rallye nach oben. Hier, Resistance, ganz klar, der Markt bricht drüber, wir sind hier ein wenig länger drüber, aber wenn ihr sowas seht, dann müsst ihr auch schon sehr, sehr aufmerksam sein, beziehungsweise müssen eure Alarmglocken eigentlich klingeln, weil wir haben hier ein High, wir haben hier ein High, wir haben hier ein High, alle Highs sind aus dem Markt genommen, wir konsolidieren hier drüber, das ist ein klassisches Setup, wo man sehr, sehr gut fehlen kann und das Ganze sieht man auch wieder hier, was passiert hier, bevor wir diesen großen Drop nach unten sehen, wir nehmen das alte High aus dem Markt, wie gesagt, ich sage das glaube ich sehr, sehr oft, aber das ist kein Zufall, dass sowas passiert, ja, also wir brechen hier nicht aus und sehen danach sowas, aus Zufall passiert sowas nicht. Das ist genau das gleiche, was ihr im Daily Chart gesehen habt, wenn wir da, wenn wir jetzt Alt-I drücken, dann sehen wir den Inverse Chart, falls euch das bekannt vorkommt vom Daily Chart, also wie gesagt, ich probiere jetzt gerade hier, haben wir auch wieder ein ähnliches Verhalten, wobei es jetzt hier nicht so sichtbar ist, Preis konsolidiert hier, gehen hier drüber, brechen drunter, also das ist absolut kein Zufall und das ist für mich auch nicht die klassische Chartanalyse, was ich auch schwach sind finde, ist eigentlich so Chartmuster analysieren oder Trendlinien, aber solche Sachen machen für mich schon definitiv Sinn kurzfristig, weil das eigentliche, was ich mache, ist versuche zu tracken, wo das Sentiment ist, wo die Liquidität ist, wo die Liquidität aus dem Markt genommen wird und nicht wirklich Chartanalyse zu betreiben, sondern einfach nur schauen, okay, wo werden overgelevergete oder overübergehebelte Trader gefangen gehalten, wie passiert das, wie geht das vonstatten und das sieht man einfach immer bei diesen Turning Points und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, dass ihr nach sowas aushaltet. Vergesst wirklich alle Trendlinien oder Head and Shoulders Musster und so weiter und so fort, das Ganze habe ich auch sehr, sehr oft probiert, aber es gibt kein Edge dahinter, ja. Ihr müsst euch vorstellen, genau so Indikatoren, wenn ihr jetzt euch zum Beispiel eine MACD auf den Chart macht, ich habe zweimal des Öfteren über den MFI Indikator geredet, den ich eigentlich sehr, sehr gern verwende, aber wenn wir uns ehrlich sind, können euch Indikatoren eigentlich keine, auf Dauer gesehen, keinen positiven Gewinn bringen. ist einfach so, der Markt wäre sowas von ineffizient, wenn sowas funktionieren würde, der MACD zum Beispiel, der könnte eventuell funktionieren, wenn ihr euch zu diesem MACD selber geschrieben hättet und wenn kein anderer Zugriff auf diesen MACD hätte, dann würde es definitiv Sinn machen, nach diesem Signal zu handeln, aber wenn wir jetzt wirklich und viele, wie viele das ja behaupten, dass man sagt, okay, gehen so zurück und sagen, ah, okay, wir haben hier MACD gecrosset, wenn man hier verkauft hätte, hätte man so ein Zufelprozent gemacht, ah, wenn man hier gekauft hätte, hätte man so und so viel Prozent gemacht, das funktioniert nicht, einfach aus dem Grund, weil der Markt viel zu effizient ist für sowas. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind im Jahr 2019, wenn es wirklich so wäre, dass man auf Dauer gesehen einen positiven, also ein Scharbratz, das ist das falsche Ausdruck, das ist das falsche Ausdruck, weil es nicht irgendwie, das widerspiegelt, aber positiv eine Gewinnerwartung hätte, nur von diesem Signal, von diesem MACD-Cross, ja dann bitte, dann werden darauf 1000 Maschinen angesetzt, beziehungsweise 1000 Algorithmen und es würde nicht mehr funktionieren, weil der Markt das sofort einpreisen würde und ihr könntet dann nicht als Retail-Trader von zu Hause aus nach diesem Signal handeln und einfach auf Verkaufen drücken, wenn man jetzt sowas sieht, wenn das wirklich auf Dauer gesehen ein Edge hätte, wenn man so schön sagt, dann würde das eben nicht funktionieren, weil der Markt das schon von Haus aus einpreisen würde. Das Ganze sieht man dann auch so gut wie hier, dann sagt man, ah, okay, hätte man hier schon verkauft, dann hätte man bis hierhin gehalten, ist Blödsinn, weil es einfach nicht die Kosten des Haltens berücksichtigt, es berücksichtigt nicht die Stop-Placements, im Regelfall, wenn ihr hier nach diesem Signal geschortet hättet, hättet ihr euren Stop hier hingesetzt und wäre sofort ausgestoppt worden, genauso hier zum Beispiel, hier wäre das nächste MACD-Signal, das Ganze hier ansehen, hier wäre das nächste MACD-Signal, ich hoffe, ihr seht es hier unten, wenn ihr wieder mit der gleichen Logik vorgeht, dass ihr hier zum Beispiel eine Position eröffnet, dann könnt ihr dir sagen, ah, das hätte funktioniert, wenn ich hier irgendwie lange gegangen wäre und hier nach oben mein Target gehabt hätte, hätte 100%, 100% nicht nicht, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte es auch nicht funktioniert, weil das Setup dann wahrscheinlich irgendwie so ausgesehen hätte und was wäre dann passiert, okay, der Markt geht hier hoch, sofort wieder ausgestoppt. Und so könnt ihr das Ganze durchziehen bis zum Ende. Also ihr müsst euch wirklich eigene Muster finden, das hier ist eines meiner Muster, dass ich rauf und drunter eigentlich getradet habe oder immer noch trade, sofern ich dazukomme und versuche auch so gut wie möglich zu automatisieren. Das Ganze sieht man so oft und ich habe auch keine Skrupulas mit euch zu teilen, da ich wirklich nicht glaube, dass unter meinen Zuschauern irgendwelche Fonds sind, die diese Ineffizienz Ineffizienz schließen könnt. Das glaube ich einfach nicht. Also ich habe absolut kein Problem damit, wenn ihr es 3.000, 4.000 Leute sehen und das für sich eventuell anwenden könnt. Müsst ihr einfach probieren. Ich kann euch garantieren, dass es langfristig funktioniert, wenn ihr euch an eurem Regeln haltet, wenn ihr euch an euer Risikomanagement haltet, wenn ihr wirklich nur nach diesem Signal tradet oder besser gesagt nach diesen Strukturen. Es funktioniert auf Dauer. Aber ich habe es selber durchgezogen und ja, ich hoffe, ihr könnt das für euch irgendwie implementieren. Wie gesagt, war wieder nur ein kurzes Update. Daily Chart, schaue ich auf diese 200 Linie. Ich hoffe, wir halten sie. Der letzte Punkt, worauf ich schaue, ist in dieser Bereich hier einfach aus dem Grund, weil es ein sehr, sehr relevantes Support- und Resistance-Level ist. Wir haben ja auch sehr viel Konfrenten mit den FIP-Levels. Also wenn ihr auf mich hören wolltet, was ihr natürlich nicht sollt, dann hätte auf Dauer, ich wäre sehr, sehr positiv eingestellt, was einen Bounce betrifft von hier und das wäre auch mein Outcome, auf den ich schauen würde. Auch wenn wir uns hier nochmal so ein Lull-Profil ansehen, hier wäre ich schon sehr Konfluenz. Ich kaufe bis hier unten auf alle Fälle nach und hoffe dann und spekuliere stark auf einen Bounce, da ich eben auch langfristig noch meine Bullenthese habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie gesagt, schreibt mir einen Kommentar, lasst mir ein Like da. Bis dahin, euer Chris. Malinstantary 他 Nacht 8. Vielen Dank.